Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Hi Leute. Hallo Leute. Wir haben endlich das Haus. Ihr glaubt es einfach nicht, wie aufgeregt ich die ganze Zeit war, bis wir die Schlüssel bekommen haben. Und ja, nach der Übergabe habe ich leicht angefangen zu heulen. Weil, wie gesagt, das ist einfach unser größter Traum und es ist einfach nichts Selbstverständliches. Wir haben die Schlüssel. We got it. Genau, und wir dachten, wir zeigen euch erstmal das Haus. Also wir haben gerade erst die Schlüssel bekommen eigentlich. Aber da wir morgen schon direkt hier einziehen, haben wir keinen anderen Tag als jetzt. Es könnte sein, dass es ein bisschen dunkel geworden ist. Entweder jetzt oder gar nicht. Genau. Deswegen legen wir gleich los, bevor es dunkel wird. Genau, dann kommt mit. Es geht los. Erstmal haben wir hier das Tor. Genau, wir haben so ein Eingangstor, damit wir unsere Einfahrt einfach zumachen können. Ihr wisst ja vielleicht, wir wollten ja eigentlich ein Haus bauen lassen, aber wir haben halt dieses Haus gefunden. Da werden wir noch viele Sachen ändern. Ich zeige euch das gleich auch alles. Wir laufen jetzt erstmal runter. Was ich geil finde, das komplette Grundstück ist eingezäunt. Also von außen kann man wirklich nicht rein. Das einzig schlechte an dem Haus ist diese riesen Grünzeug, was natürlich gepflegt werden muss. Ja, das wird auf jeden Fall sehr viel Spaß machen. Ja, paar Daten mehr zu dem Haus. Das Haus hat 1400 Quadratmeter Grundfläche und 304 Quadratmeter Wohnfläche. Also ist schon ein riesen Haus. Genau, hier fahren wir dann runter mit dem Auto. Da haben wir eine Doppelgarage, wobei wir eigentlich nur eine Hälfte brauchen werden. Wir haben hier nur ein Auto. Wir werden auch in Zukunft wahrscheinlich nur ein Auto haben. Es sei denn, unser Sohn wird älter, 18, und kriegt ein eigenes Auto irgendwann vielleicht. Ja, das überlegen wir uns doch eben. Das ist reserviert für meinen Sohn. Und hier parken wir dann. So lange wolltest du doch hier ein Fitnessstück. Genau, was ich vorhabe, aber keine Ahnung, das dauert wahrscheinlich noch eine Weile. Ich will eine Seite zu so einem Fitnessraum umbauen lassen oder selber machen, keine Ahnung, mal schauen. Wir zeigen euch später die Garage. Und ich würde sagen, den Außenbereich zeigen wir halt am Ende. Das ist der Eingang. So sieht unser Eingang aus. Was richtig geil ist, wir haben so einen Turm vorne am Eingang. Genau, wir zeigen euch später, was in diesem Turm drin ist. Das ist das Highlight vom Haus, oder? Nein, der Pool. Wir haben gespiegelte Fenster, das heißt, keiner kann von außen nach innen schauen, beziehungsweise keiner kann reinschauen. Ihr werdet gleich verstehen, warum. Also das hat schon seinen Sinn. Ja, also in den Turm kann man nicht schauen. Ganz wichtig. Und hier ist der Eingangsbereich. Kommt rein. Drei Sterne Hotel. Wie ist das Licht? Ich weiß jetzt nicht, weil es etwas dunkler geworden ist. Ich glaube, das passt schon. Hier kommen wir dann in unser Haus. Das ist unser Eingangsbereich. Genau, hier ist eine kleine Toilette, sage ich mal. Direkt am Eingang. Ganz praktisch. Und hier seht ihr auch schon das Fenster, wo man nicht reinschauen kann. Natürlich haben wir selber hier eine schöne Aussicht. Ja, wir können rausschauen auf die Leute, aber keiner kann uns beobachten. Oh, ich sehe das jetzt erst. Was ist das? Was ist das? Ein Rosentoiletten-Dings. Ja, hier ganz basic. Was ist das für ein Wasserhahn? Wir sehen das alles jetzt erst. Leute, wir waren hier auch nicht so oft drin. Das ist jetzt das dritte Mal. Das ist das erste Mal, dass wir richtig schauen können. Ja, dass wir alles anfassen dürfen hier. Früher durften wir nichts anfassen, wie gesagt, wegen Corona, wo wir das Haus besichtigt haben. Jetzt dürfen wir alles so richtig anfassen. Der Spiegel ist noch vom Vorbesitzer. Sie meinte, sie können es hier lassen. So, ja, mach mal. Wie gesagt, hier werden noch viele Sachen verändert, geändert. Hier ist alles Gold. Ja, alle Türen, Fenstergriffe, alle Lampen, alle Spiegel. Egal, was ihr sehen werdet, es ist Gold. Sollen wir direkt mit der Küche weitermachen? Ja. Auch diese Küche ist eine sehr alte Küche. Also man sieht es auch direkt. Wir haben auf jeden Fall schon eine Firma mit der wir arbeiten. Das ist die Firma Baria. Und genau, die werden dann unsere Küche komplett ändern. Wir haben alles schon erlebt, die Küche von Mitzlager. Aber dazu kommt ein extra Video. Wie gesagt, diese Küche ist ziemlich groß, wirklich ziemlich groß. Aber vom Stil her, ihr seht, ist jetzt nicht so modern. Wir hätten es gerne ein bisschen moderner. Also diese Küche hat früher mal wirklich sehr viel gekostet. Da steckt so viel Handarbeit drin. Könnt ihr hier sehen, das ist alles wirklich schon schön eigentlich, aber wie gesagt, unser Geschmack ist es leider nicht. Deswegen kommt was moderneres rein. Das passiert aber erst in ungefähr eineinhalb bis zwei Monaten. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. So lange benutzen wir noch diese goldene Küche. Dann drehen wir uns hier einmal. Das ist, ich liebe diese Ecke einfach. Ich weiß nicht, man sieht, was da jetzt schon gegen das Lied filmst. Ja, auf jeden Fall wird das hier der Essbereich sein. Und ich habe auch schon ein Esstisch und Stühle etc. bestellt. Und ich finde es einfach so schön, weil es so offen ist. Das ist quasi ein Wintergang. Genau, die Jalousien und so kannst du auf und zu machen. Aber das ist schon alles eingestellt. Also automatisch macht das. Also wenn es abends ist, fährt das ganze Ding runter. Ja, das finde ich richtig geil, dass oben so alles aus Glas ist. Das ist eine Klimaanlage haben wir mit der Pfand. Ja. Ich hatte hier eigentlich komplett was anderes vor. Das ist auch eine Heizung. Also im Winter ist schon geschickt, wenn du hier isst, dann bläst dir so warme Luft. Genau. Dann gehen wir hier weiter. Das ist das Wohnzimmer. Eigentlich wollten wir, also als wir noch bauen wollten, ein sehr, sehr großes Wohnzimmer haben. Dieses Wohnzimmer ist aber nicht klein. Aber natürlich etwas kleiner, als wir uns das vorgestellt haben. Und hier haben wir einen Kamin. Aber was für ein Kamin? Belegt fast das ganze Wohnzimmer. Das werden wir auf jeden Fall auch noch streichen. Eigentlich wollte ich den kompletten Boden hier ändern. Ich wollte es wirklich komplett fließen, etc. Aber da wir nicht so unbedingt Zeit haben, wenn wir das irgendwann in den nächsten Jahren machen können. Und je nachdem, wann wir Lust drauf haben. Wir sind ja lang genug hier, denke ich. Irgendwann machen wir das. Wir haben es nicht eilig. Da kommt der Fernseher hin. Und hier kann man raus. Und ich nehme diese Terrasse. Diese Terrasse ist einfach Baba. Diese Terrasse ist einfach geil. Genau, also das ist eine riesen Terrasse. Wir haben auch ein sehr schönes Zelt. Was ist das? Schirmzelt, keine Ahnung. Der uns nicht mehr wegfliegt. Das ist geil, weil es ja nicht reinregnen kann. Hier kannst du wirklich auch bei Regenwetter, kannst du hier draußen chillen? Also die Vorpässe meinte, das hat Stürme überstanden. Deswegen kann der wirklich niemals wegfliegen. Und das war für uns schon mal sehr wichtig, weil die, die uns auf Instagram folgen, wissen ganz genau, wie oft wir unseren Schirm verloren haben. Ja. Auf unserem Balkon. Ich glaube, das fliegt nicht weg. Nein. Und wenn, dann muss schon ein richtig heftiger Sturm kommen. Genau, hier kommt dann ein schönes Gartenset hin. Wir haben uns auch schon welche ausgesucht. Hier findet meine Sucuk Grill Party statt. Das ist ein sehr langer Balkon. Also wir hätten uns natürlich gewünscht, dass das Wohnzimmer bis hierhin kommt. Genau. Wir haben eine sehr schöne Aussicht. Das wäre viel geiler, wenn das Wohnzimmer ein bisschen größer wäre, weil dieser Balkon ist eigentlich voll unnötig, weil du hier schon wirklich sehr viel Platz hast. Dann brauchst du den eigentlich gar nicht, diesen Bereich. Das Gute ist, ihr wisst ja, als wir noch in unserer alten Wohnung waren, wir haben ja immer wieder gesagt, wir möchten an dieser Wohnung nichts ändern. Wir möchten nicht unnötig Geld hier verschwenden, weil wir ganz neu wissen, wir möchten später ein Haus haben. Und da die Miete schon so oder so teuer genug war, wollten wir wirklich keinen Cent für die Wohnung investieren oder ausgeben. Und jetzt können wir mit diesem Haus machen, was wir möchten, weil wir für immer eigentlich hier sind. Das ist irgendwie immer noch unreal, so dass das einfach unser Haus ist. Weißt du, was ich meine? Das ist krank. Ob sie ab morgen schon hier wohnen. Ja, morgen findet der Umzug statt. Also, wenn ihr das anschaut, dann wohnen wir schon hier. Aber ja, also morgen ziehen wir hier ein. Dann geht es hier weiter. Das ist die Tür zur Garage, zu meinem Fitnessraum. Aber das ist das Ding, ne? Das ist noch offen. Ah, das ist noch offen. Ja, man kann ja hier kurz reinschauen. Das ist ziemlich groß. Ja, wie gesagt, Doppelgarage. Hier, so sieht das Zelt aus. Ja, geh immer wieder rein, oder? Also, diese ganzen Gardinen, die ihr hier seht, die werden auch nicht da sein. Da sind wirklich sehr viele Sachen, die die Vorbesitzer halt hier gelassen haben. Und was richtig geil ist, an dem Haus wirklich eigentlich jedes Zimmer, außer unten vielleicht, ist richtig lichtdurchflutet, sagt man das so? Ja, also alles richtig hell. Also, ihr könnt ja sehen, vom Boden bis zur Decke fast sind alles Fenster und Türen. Dann geht es hier hinten weiter. Also, hier sind wir reingekommen. Also, man kann hier... Wir lassen die ganze Zeit die Tür auf. Ah, und wir haben hier auch so ein Sicherheitssystem. Wir haben eine Alarmanlage hier, also, für den Fall, falls jemand nicht einbrechen möchte. Ja, wenn wir Urlaub machen sind, dass hier niemand reinkommt. Und wenn, dann, dass er nicht nochmal reinkommt. Hier haben wir ein Zimmer. Das ist Babys Zimmer. Und auch Baby hat eine sehr schöne Aussicht. Ich habe schon gefragt, wie ich was mache. Ich habe schon sehr viele Mühe bestellt. Das ist schon recht groß für ein Kinderzimmer. Also, es geht jetzt eigentlich nur darum, weil auf dieser Etage, sage ich mal, das ist ja das Wohnzimmer, Küche, dass wir einfach immer auf derselben Etage sind. Genau. Weil er schlacht, zumal es da haben wir proben, dass er, wenn er mal schlafen möchte, nicht, dass wir ihn nicht hochtragen müssen, sondern einfach, dass er hier ein Zimmer hat, wo er schlafen kann, wo wir ihn wickeln können. Genau, dass wir nicht immer hochrennen müssen. Das ist ganz praktisch. Und das werden wir dann in der nächsten Zeit aufgestalten. Aber dazu wird auch ein spannendes Video kommen. Also, von A bis Z. Und hier ist auch schon direkt ein Ankleidezimmer. Ankleidezimmer vom Baby. Und hier geht es weiter. Also, natürlich wird er nicht so viele Klamotten haben, dass wir das alles belegen hier. Was ist das hier eigentlich schon wieder? Wir sind überall so Sachen. Was ist das? Vielleicht zum... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja, wenn ihr kennt oder wenn ihr wisst, was das ist, bitte in die Kommentare damit. Auf jeden Fall werdet ihr das hier als Abstellraum benutzen. Also, wir haben ja noch Matratzen und keine Ahnung, was ich glaube, das wird dann hier einfach gut reinpassen. Oder Kissen, Decken und das würde ich dann einfach hier verstauen. Obwohl wir eigentlich noch andere Zimmer haben, wo wir Sachen verstauen können. Also, dieser Ankleidezbereich reicht auch für drei Kinder. Sag ich mal so. Ja, wenn wir später noch ein Kind haben. Ich finde diese Regale so geil, diese Schuhregale, aber unser Ankleidungser wird oben sein. Ich weiß echt nicht, was wir da machen. Aber wir können da wirklich eigentlich schon Schuhe hinstellen, weil da hinten ist der Eingang. Da musst du nicht immer hochrennen, weißt du, wenn du andere Schuhe haben willst, dass du hier auch ein paar Schuhe da hast. Aber das ist eigentlich schon geil, dass man hier auch eben natürlich Schuhe hat. Hier ist noch ein Zimmer, das wurde gar nicht fertig gemacht von den Vorbesitzern. Hier wollten wir ein großes Bad-Badezimmer machen. Da sind auch die Anschlüsse. Die haben es einfach nicht mehr weiter gemacht, weil die es einfach nicht gebraucht haben. Die waren zu zweit hier und das war auch der Rundbaum, die ausgezogen sind. Also, das Haus war nur zu groß für mich. Hier wollten wir dann unser Büro, da wir ja jedes Leben wir arbeiten von zu Hause aus und genau, das haben wir hier einfach sehr schön vorgestellt, weil schon wieder, wir haben wieder mal eine schöne Aussicht, wir können da draußen schauen, unser Radmüllstaten, Eingangsbereich. Genau. Und ich glaube, das ist auch eine schöne Arbeitsatmosphäre. Also hier kann man arbeiten, ja. Heute, wir sind ja auch zum zweiten oder dritten Mal drin, wir wissen noch gar nicht genau, was wir machen möchten oder wie das besser wäre, wenn wir das machen. ist noch alles in Planung. Wir wollen erst einmal einziehen und dann alles auf uns zukommen lassen, so ein bisschen. Willst du mal die Decke zeigen? Ja. Geil. What the fuck? Das ist voll gruselig. Achso. Was ist das? Was habe ich dabei gedacht? Egal. Kann man hier ändern? Was soll man auch ändern? Kann man ändern, sollte man ändern. Das. Oder hier zum Beispiel. Tunjag hat ja zum Beispiel die gute Idee, sage ich mal, dass wir hier ein riesiges Ohr hinmachen, wo die Engel dir den Erdschub zeigen. Also diese nackten Kinder kommen weg. Da kommt eine richtig fette Ohr hin. Ja, da geht es raus zum Balkon. Wow, was ist das für ein Dings? Wir machen hier unsere Modenschau. Wow. Ich könnte hier so Instagram-Bilder machen. Das ist halt der Balkon, mit dem wir euch eben gezeigt haben. Also vorher war ich da hinten. Wir sind wirklich überglücklich. Ihr wisst, ich könnte immer wieder fallen, wenn ich daran gedacht habe, dass es jetzt unser Haus ist und dass wir unsere ganzen Jahre hier verbringen. Das ist voll komisch. Wir drehen hier gerade unsere Haustour, aber es kommt immer noch so vor, als wäre es nicht unser Haus, sondern wir drehen einfach eine Haustour von irgendeinem anderen. Auf jeden Fall ist hier eine riesenhohe Decke. Ja, wir haben alle lange unsere hier dringelassen. Ja, ich würde dann sagen, wir gehen nach oben. Wir zeigen euch, was jetzt in diesem Turm drin ist. Ja, auf geht's zum Turm. Ich finde es geil, dass sie offen ist. Ja, ich finde es auch geil, dass man da von oben so runter schauen kann. Also hier sind auf jeden Fall noch überall Lichter an den Treppen. Das finde ich auch cool. So. jetzt kommen wir in den Turm rein. Oder warte, komm, das erst mal. Ein anderes. Erst mal nach links. Genau, das sind unsere Anklänge. Ich wollte auch, das ist zwar nicht so ein gefährliches Zimmer machen. Was ich halt hier ein bisschen schade finde, ist, dass diese Ökkel komplett verschwindet, aber auch ins Dachschränkchen. Also es ist halt so. Und genau, hier werden wir so die ganzen Schränkchenchen machen. Wir müssen auch schauen, welche Schränkchen hier haben. Genau, also hier kommt so ein Schrankchen. Hier so. Und hier hinter der Tür. Und hier nochmal. Genau, und dann musst du halt auch mal schauen, wie ich meinen Schminkbereich mache. Und wir wollten auch so eine schöne Ecke machen mit Couch oder ein paar Sesseln. Keine Ahnung, wo man es hier einfach mit setzen kann. Und dass ich nicht schwitze beim Umziehen, haben wir hier so eine Klimaanlage. Genau, also wir haben hier einfach unten das, was wir euch gezeigt haben. Hier ist auch noch ein Abstellkammer. Es ist halt schade, dass es nicht unten ist, weil die Küche unten ist, aber hier werden wir einfach die ganzen Sachen hinpacken. Für die Küche zum Beispiel, wenn wir so voll viel Mehl haben, Zucker, das können wir einfach als Aufbewahrungszimmer. Wir machen auch nie das Licht an, damit die überhaupt irgendwas sehen können. Ja, man sieht das schon. Was ist das eigentlich? Wow, das ist unser Ding. Wenn jemand unartig war, kommt er in diese Kammer. Wir nennen diese Kammer Kammer des Schreckens. Oh, alle Harry Potter Fans mit einer. Hier haben wir wieder einen sehr schönen, was sagt man hier so, eine Flur. Also hier kann man wirklich auch von hier machen. Also ich finde es zum Beispiel schön, dass es so abgerundet ist hier. Auch wie so eine Chill-Ecke oder da zum Beispiel. Da müssen wir auf jeden Fall noch schauen. Also hier habe ich mir noch überhaupt nichts überlegt. Also hier so eine Couch wäre schon chillig. Also wie ihr seht, wir haben uns noch gar nicht so viele Gedanken gemacht, was wir aus welchen Zimmern machen. Ja, wir haben es ja auch oft genug erwähnt. Wir haben uns das Haus noch nie richtig, wirklich so angeschaut. Wenn wir hier dann... ein Eltern-Schlafzimmer. Let's ask. Hier wird das Bett sein. Hier ist auch noch so ein kleiner Abstellbaum, Abstellplatz. Ich finde es echt schön, dass die Fenster immer so groß sind. Oh, wie schön das einfach ist. Du ständig. Ah. Hier haben wir Einbauschränke. Wieder diese Engel. Das sind deren Dings. Oh, shit. Ja, Einbauschränke. Ja. So, das war's hier oben. Ja, auf jeden Fall auch noch super. Ich glaube, ja, wir haben echt viel Platz jetzt, also so Staubbau, und das mache ich glücklich. So, hier ist der Balkon. Okay. Jetzt gehen wir mal in den Turm rein. Ich finde es geil, dass wir überall so hohe Decken sind. Ja, die sind ich auch schön. Das ist echt geil. Jetzt sind wir im Turm. Die Badewanne sieht man schon. Genau, das ist das Bad. Es ist unser Bad. Also das große Bad. Schaut mal jetzt. Echt schön die Decke, wenn man das Licht anmacht. Sieht man das alles? Ja. Ja, ich glaube, das kriegt man auch nicht so in die Kamera. Auf jeden Fall ist hier so eine Kuppel. Das ist richtig geil aus. Diese Fenster sind von außen hin die verspiegelt, so dass man nicht reinschauen kann. Aber abends natürlich, wenn das Licht hier an ist, könnte man schon reinschauen, aber dafür gibt es dann diese Gabin. Ja, dann kann man das einfach zuziehen, dann sieht sich niemand. Und dann haben wir wirklich nur Ries. Eine riesen Badewanne. Diese Badewanne, da passe ich wirklich rein. Wir hatten ja auch eine Badewanne in unserer Mietwohnung, aber das war wirklich schon kleiner als das hier. Leute, ich liebe, ich liebe, ich liebe einfach Badewannen. Also ich liebe es auch zu baden und ich habe mich so gefreut, als ich diese Badewanne hier in diesem Haus gesehen habe. Ich finde es auch cool, wie das Wasser so hier rausgeht. Und ich glaube, das ist das Mikro. Ja, kannst du schön singen beim Baden. Wie macht man das dann? Oh, oh. Oh, du machst die ganzen Wände nass. Oh. Ja, wir haben es. Ja, und da ist noch eine Dusche. Hat man auch schönen Platz drin. Hier ist das Klo. Die Dusche ist richtig groß. Aber unten haben wir auch eine sehr große Dusche. Das zeigen wir euch gleich. Ah, ich finde es gut, dass wir das nur nach innen öffnen. Ja, das haben sie schlau gemacht. Bei uns in der Mietwohnung ging das hier nach außen auf, sodass das ganze Wasser hier runtergetropft ist. Da muss man alles sauber machen. Das ist einfach schlau gemacht. Nach innen öffnen. Passiert gar nicht. Oh, guck mal, das ist so eine Dingsdusche. Regendusche. Geil, ich sehe das gerade zum ersten Mal. Ich auch. Geil. Wir sehen das Haus mit euch zum ersten Mal. Ey, das finde ich jetzt richtig geil. Ey, das ist echt cool. Und richtig viele Schreckflücher. Oh, das ist auch geil. Das ist echt witzig, dass wir das mit dem Ding zusammen zum ersten Mal sehen. Alles, ne? Ja. Und das ist unsere schöne Heizung. Heizungen können auch schön aussehen. Jetzt fehlt, glaube ich, noch eine Etage und diese Etage würde gerne Tunze vorstellen. Das ist meine Etage. Möchtest du mir die Kamera geben? Ja. Jetzt geht's ab. Ich muss aufpassen, dass ich nicht runterhole. Diese Etage, wo wir jetzt runtergehen, als wir das erste Mal da runtergegangen sind, ich hatte ein Schwimmbad finden. Oh, wir müssen euch später auch unsere Bäume zeigen. Bis das schon runtergeht, wie das schon aussieht. Ja. Schön. Also Leute, hier erstmal ein Zimmer. Auch hier haben wir bodenlange Fenster. Wir sind jetzt eben fertig mit dem Garten. Wir werden später mal unser Freizeitzimmer, sag ich mal, so ein Hobbyzimmer, so ein Männerzimmer. Männerzimmer, bitte. Sorry, warte mal kurz, warum Männerzimmer? Wo bleiben die Frauen? Natürlich darfst du auch hier rein, ja. Klar. Ich wollte schon immer mal ein Kinozimmer haben. Und ich fand's schon immer unnötig. Also ein Kinozimmer werde ich jetzt nicht draus machen, aber wie gesagt, so ein Freizeitraum, wo wir ein bisschen zocken können, wo wir so ein bisschen Filme schauen können. Warum haben die das eigentlich nicht abgemacht? Aber vorerst ist das unser Gästezimmer. Und meine Mama freut sich schon richtig auf. Für unsere Gäste aus Bielefeld natürlich, die fangen hier von meiner Bau. Meine Mama freut sich so unnormal auf das Zimmer, ne? Das Zimmer ist auch richtig geil. Wenn du hier auch, da kommt dann das Doppelbett wahrscheinlich hin, also das Bett, Herr Amin, die würde das noch gestalten. Du wachst die auf, du reißt die Fenster auf. Richtig geil. Ja, das ist echt schön. Und hier ist wieder Flur. Also hier ist der Wohnen richtig schön. Und könnt ihr euch noch an den Blog erinnern, wo ich gesagt habe, vielleicht kaufen wir uns Fische, weil das sehr gut hier reinpassen könnte. Fische passen perfekt. Hier rein. Oder? Ja. Das ist ein Aquarium mit so richtig bunten Fischen. Das wäre echt schön. Also hier werden auf jeden Fall noch Pflanzen so kommen. Aber Fake Pflanzen, ihr wisst, ich komme mit Pflanzen gar nicht. Klar. Und ja, jetzt kommt so ein paar unnötige Zimmer. Wo ist denn das nicht? Das ist hier unser Heizungsraum. Hier ist so der Stromzähler, Wasserzähler. Hier ist so ein Entkalkungsgerät, weil das Wasser hier in der Gegend wirklich sehr viel Kalk enthält, dass wir wirklich sauberes Wasser haben. Kalkfreies. Kalkfreies. das aber... Was muss man dann immer befüllen? Leute, ich sehe sowas zum ersten Mal einfach, ne? Also das müssen wir wohl immer befüllen, damit das Wasser kalkfrei wird. Der Gastank, Heizung ist hier. Als ich die gesehen habe, ne? Ich dachte mir so, was ist das? Das ganze System vom Haus, das alles funktioniert, steckt hier drin. Hier. Noch mehr Abstellkammer. Was ist das? Was haben die hier gelassen? Das ist ein Abstellraum. Oh Gott, diese Farbe. Die Farbe ist echt anders. Anders. Diese Farbe ist anders. Haben die Handtücher hier gelassen? Die haben Handtücher hier gelassen? Nein, das ist kein Handtücher. Das sind Gardine. Echt? Achso. Das sind Gardine. Weißt du, was wir hier lagen können? Handtücher, Schwimmsachen, ganzen Ballons. Die ganzen, genau so Auflast. Oder diese ganzen Spielzeuge, die wir gekauft haben. Also hier kommen so Pool-Sachen rein. Ich habe es auch dafür gedacht. Deswegen ist es auch türkis. Das ist unser Haramkeller. Das ist unser Haramzimmer. Mein Keller. Haram, mein Keller. Oh Gott, ey. Da ist auch so extra so ein Kühler drin, ne? Also, das könnte auch die Kammer des Schreckens sein. Das sieht so eher aus wie eine Kammer des Schreckens, oder? Sehen wir mit diesem Licht da oben? Das sieht schon gruselig aus. Dann werden wir hier wahrscheinlich so Getränke lagern. Hier. Ach, guck mal, wir wollten hier so ein Kühldings holen. Genau, kannst du dein Wasser, dein Cola... Dann brauchen wir keinen kleinen Kühlschrank, dann können wir das ja wirklich hier lagern, oder nicht? Ja, du kannst die Getränke lagern. Das wussten wir zum Beispiel vorher nicht. Und was war in diesem anderen Zimmer, deshalb haben wir gar nicht reingeschafft. Jetzt wird das so voll gruselig. Oh, noch mehr Dings. Ich war hier noch nie drin. Ich auch nicht. Wir sehen es auch zum ersten Mal. Noch mehr. Ey, wir haben so viel Abstellraum, ne? Ich hab keine Ahnung, was wir hier laden. Was ist das? Die haben überall irgendwas gelassen. Was man auch vielleicht erwähnen könnte, wir haben hier im kompletten Haus Fußruhenreizung. Hier kann man das einstellen. Jedes Zimmer hat das, oder? Komplett überall. Und jetzt kommt das Highlight. Tunjai, ehrlich, also ich denke immer an komplett andere Sachen und Tunjai hat nur an dieses Zimmer gehabt. Du sagst, oh, welche Couch sollen wir kaufen? Oh, welches Bett brauchen wir für unser Schlafdienst? Ich sag so, scheiß mal auf alles, wir müssen hier rein. Wir brauchen einen Pulli. Schau, wie da ist das Schwimmbad feeling. Ja, es riecht komplett nach Schwimmbad. Nach Chlor und so. Kennt ihr ja vom Schwimmbad? Also, diese ganzen grünen Dinger werden mir auch ändern. So, wir haben jetzt für euch extra die Fenster hier aufgemacht. Ich bin sparen. Das ist so Traum. Das ist echt ein Traum, der wahr wird. Also, wir schätzen uns auch so glücklich, Leute. Wir sind einfach dankbar bis zum Geht nicht mehr. Noch ein Klo. Das ist zum Beispiel richtig schön. Also, hier würde ich auf jeden Fall gar nichts ändern wollen. Das ist schön grau-weiß. Und das reicht auch. Mit nasser Badehose auch aufs Klo gehen kann. Ja, genau. Das ist auch dafür gedacht. Und das ist die Dusche. Wieder eine Riesenfläche. wieder so eine Regenbusche. Jetzt haben wir etwas kleiner. Oh. Was ist das? Wie ist ein Bademeister? Hier! Wuuuuh! Schatz! Einer kann rin. Oh, das ist cool. Und hier haben wir eine Sauna. Einer kann. Da passen so vier Leute eigentlich. Vier nur? Ich glaube sogar mehr. Ja. Wir haben lieb ihm gelassen. Ich weiß. So, was ist so eher was für mich? Was ist so das, was ich meine? Wollt ihr denn einmal meinen eigenen Fuh geben? Ja. Der Pool ist bereich zwar und da ist auch so eine Gegenstromanlage dass man auch schwimmen kann. Und dann hier so richtig Luftstrom aus sodass man so ein bisschen Wellen hat dass man dagegen schwimmen kann. Weil so groß ist der Licht dass man hin und her schwimmt. Weißt du wie meine? Also auf der Stelle kann man schwimmen. Was Richtigkeit ist, was hier alles zu ist. Du kannst im Winter was richtig geilen warmen Pool und im Sommer kannst alle Türen alle Fenster aufmachen und hast dann so einen Pool bedeckt aber frei als wir ein Haus bauen lassen wollten wollten wir auch den Pool im Wintergarten haben also das ist ja quasi wie im Wintergarten wie ihr sehen könnt nicht im Außenbereich denn das ist einfach zu viel Arbeit und dass wir im Winter dann auch schwimmen können einfach glück dass wir dieses Haus gefunden haben und deswegen haben wir so gekämpft dafür und hier ist das ganze System die ganze Anlage am Schwimmbad hier sieht man was wir ein pH Wert gerade unser Pool hat sollte zwischen 7 und 7,5 liegen so neutral eben was Wasser hat und hier das ist der Chlor Gehalt sollte zwischen 0,3 und 0,8 liegen also passt perfekt jetzt wieder nach oben genau hier das ist unsere Alarmanlage so dass hier wirklich niemand einbrechen kann jetzt zeigen wir euch unsere Grillhütte denn wir haben hier auch eine Grillhütte was richtig richtig cool ist so sieht die Grillhütte aus it's my turn yes du bist dran das sieht aus wie bei die Schlümpfe herein spaziert hier hat man auf jeden fall so geile vibes sage ich mal das ist so voll der geile ort so im winter machst du hier dein lagerfeuer an dann ist es jemand mit einer gitarre der schön singen kann also richtig geiles feeling und das sind auf jeden fall auch tische ich kann mir das einfach voll gut vorstellen dass man mit familien freunden hier chillt sei es im sommer oder im winter und man hat einfach eine schöne atmosphäre hier so jetzt zeigen wir euch mal unsere bäume unsere geilen bäume also das ist auch ein kirschbaum oder auf jeden fall haben wir hier unseren Apfelbaum und ich habe heute auch schon den ersten Apfel gegessen war lecker ja aber die sind richtig sauer bestimmt noch ja ja die sind auf jeden fall noch etwas sauer aber da hast du richtig viele Äpfel ja der Baum ist auf jeden fall schon so groß also was unser Plan war eigentlich dass wir den Boden hier weil wir haben echt einen riesengarten ich habe euch ja gesagt was für eine Grundfläche das hier hat wir wollten das eigentlich begradigen sage ich mal aber ähm wir wissen halt nicht wohin mit den Bäumen und das die sind einfach genau in der Mitte wir lassen die Bäume schon da wir müssen uns irgendwas anderes ausdecken wo sie schon so reichlich Äpfel und Kirschen geben das wäre echt schade hier rauszureißen das ist unser riesen Kirschbaum wir haben bestimmt alles weggepflückt schon nein guck da seht ihr das hier das ist unser Angleitezimmer oder ja ihr habt das ja gerade eben von innen gesehen das ist das Gästezimmer ja Gästezimmer Freizeitzimmer Kinoraum egal was und der Flo und ab hier fängt halt der Pool an auch mal die die haben wir jetzt nicht zugemacht aber besser nicht so schlimm also ab hier fängt dann der Pool an und eigentlich oh shit wir haben nicht komplett zugemacht egal eigentlich würde man theoretisch jetzt hier den Pool sehen aber wir haben die schon hier runter gemacht genau also hier ist der Pool und hier werden wir dann chillen im Sommer wir haben auf jeden Fall schon hier so eine Insel gekauft wo man drauf chillen kann wenn man aus dem Pool rauskommt dann haben wir vier Liegen noch gekauft weil wir dachten wir haben hier keine Liegen aber jetzt liegen da noch zwei wir haben hier unseren Schirm da gelassen ja ist einfach geil wir haben hier auch noch einen schönen kleinen Garten hier kann später dann unser Baby vielleicht spielen das ist so der ideale Platz für eine Schaukel oder ja so für Schaukel, Sandkasten ja ihr habt ja gerade eben die Terrasse oben gesehen hier kann man auch nach oben also das ist halt cool die Vorbesitzer haben halt so überlegt wie könnten wir das ein bisschen vereinfachen also wenn die jetzt zum Beispiel hier chillen im Pool oder irgendwas hier feiern dass die schnell zur Küche gehen und deswegen haben die diese Treppen hier gemacht also von hier aus kann man dann direkt durch das Esszimmer und in die Küche rein also früher haben die gesagt musste man hier erstmal komplett durch das ganze Haus mit nasser Badehose und das ist natürlich scheiße dann läuft man am besten hier hoch dann ist man direkt in der Küche willst du keinen Apfel? Nein morgen ja morgen wird ein spaßiger Tag der Umzug ich glaube so ein paar Wochen sind die Äpfel auch richtig reif dann schmecken die auch richtig geil genau Leute das war es dann auch mit unserer Home Tour Room Tour was auch immer wie gesagt da werden noch so viele Videos kommen wie wir hier einrichten ich weiß ihr liebt einfach solche Videos ihr feiert auch immer solche Videos und da werden echt sehr viele Veränderungen vorgenommen ich kann schon nicht mehr ihr habt ihr gesehen ich bin hochschwanger und das ganze Haus jetzt zweimal durchzulaufen und ja war ein bisschen anstrengend aber es ist nicht so schlimm wir sind überglücklich wir sind mega glücklich wir haben unser Traumhaus gefunden also so ähnlich wollten wir es bauen lassen von außen sieht es natürlich immer noch anders aus aber ich finde es besonders also es ist halt nicht so was man überall sehen kann und genau das fanden wir auch richtig schön ein paar Leute werden wahrscheinlich sagen ihr seid zu zweit oder bald zu dritt das Haus ist doch viel zu groß aber wir haben natürlich vor hier länger zu bleiben und wir haben auch eine riesen Familie deswegen freuen wir uns auf die nächste Zeit unsere Familie planen schon die ganzen Partys können wir auch mehr Kinder machen jetzt haben wir Platz für 5 Kinder wir können 5 Kinder machen jetzt Leute das war jetzt nicht das Thema die Zukunft steht in den Sternen aber für 5 Kinder haben wir Platz genau also unsere Familie hat mit gefiebert natürlich bis wir das Haus bekommen haben die sind genauso glücklich wie wir abonniert diesen Kanal die hat dieses Haus nicht nur uns sondern eigentlich komplett unsere ganze Familie genau alle dürfen jederzeit vorbeikommen egal wann die brauchen gar nicht anrufen ich glaube die bräuchten auch nicht diese Bestätigung die haben es schon geplant die sollen einfach hier stehen vor diesem Tor sollen die stehen und klingeln ich sehe die dann drin von diesem Bildschirm und sage wir haben Tojas Papa direkt schon ein zweites Schlüssel mitgegeben genau mein Papa hat schon Schlüssel von Garage vom Tor vom Haus alles bekommen also ich freue mich auf unsere Zukunft in diesem Haus und ich hoffe natürlich dass ihr euch mit uns freut ich weiß dass sehr sehr viele sich auch für uns freuen also ich habe schon die ganzen süßen Nachrichten von euch bekommen für die die sich nicht für uns freuen ist auch nicht so schlimm ich hoffe trotzdem dass ihr euch irgendwann auch mal so ein Haus kaufen könnt dieses Gefühl ist einfach wie soll man das erklären dieses Gefühl so dass man endlich mal so vorm Eigenheim steht also unbeschreiblich ich gönne es auch jedem dieses Gefühl hoffentlich haben alle bald ihr Eigenheim hoffentlich ja ja Leute ich würde dann sagen vergesst nicht diesen Kanal zu abonnieren damit ihr die weiteren Videos nicht verpasst und vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall meine Sushi Party nicht verpassen ich würde dann sagen bis zum nächsten Mal Bye Bye